Hör zu, mein Sohn. Denkst du, wenn man in einem dämlichen Videogame Autos fährt, wird man später einmal Rennfahrer? Du hast einfach nicht das Zeug dazu. Du wirst jetzt zu Hause bleiben sollen, wo du hingehörst. Die anderen Fahrer sind Profis. Das funktioniert. Du hast Angst, hier fehlt die mehr Fahrer. Es ist keine Schande, nach Hause zu gehen. Ich wollte schon immer nur Rennfahrer werden. Ich zieh das durch, ob du an mich glaubst oder nicht. Ihr zehn seid die Besten. Gran Turismo-Spieler auf der Welt. Das ist eure Chance, euch im Profi-Rennsport zu beweisen. Das ist kein Videospiel. Das ist die Realität. Kriegst du im Spiel dafür Extrapunkte? Solche Fehler können dich dein Leben kosten. Ich weiß, was ich tue. Ich hab keine Angst. Ich bin diese Strecke im Spiel schon tausendmal gefahren. Lass sie mich auf meine Weise fahren. Das war grad ziemlich gut. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Profi-Liga. Die anderen Fahrer, deine Boxing-Crew, alle werden dich hassen. Mit nem Joystick geht's leichter, oder? Ich seh' nichts mehr! Ich weiß nicht, ob ich das packe. Ich glaube an dich, Jan. Du musst der ganzen Welt beweisen, dass du hier hingehörst. Ich weiß, dass du Angst hast. Aber ob's dir gefällt oder nicht, du bist mitten im Rennen! Komm schon! Kämpfe! Ja, Sir. Wenn ich verliere, dann verliere ich mehr als nur ein Rennen. Ich gebe nicht auf. Zeigen wir's der Welt. Noch nie. Wir sehen uns,licherweise. Wir sehen uns weiter. Untertitelung des ZDF, 2020